Das ist das Fantasy Valence, Mild Blood und Mild Language Ganz böses Spiel Und ja, so Äh, gut Also wir sind rumgelaufen Rumgelaufen sind, die in die Höhle reingefallen Ja, ich muss erstmal wieder ein bisschen Lernen Ah Bisschen lernen, das Spiel zu spielen wieder Aber ja So Gucken wir mal Ah, die Säcke Die ganz bösen Säcke Die uns vergiften können Die sind ganz, ganz schlimm Ein Teil Items fehlen mir natürlich Eine Truhe Wir wollten ja eigentlich die Schlüssel aufheben Für Eingesperrte Leute oder so Aber Aber ja Wenn wir schon mal hier sind und ne Truhe da ist Schatz Hier Das ist ein sehr schöner Ort hier Auf jeden Fall Okay Hier ist nix Weiter runter Ne Okay Ah, da können wir gar nicht durch Oh, wo kommen die jetzt her Bösen Dinger da Ah, nicht solche Oh, die droppen sogar Manchmal Blaue Pilze Ah, okay Das ist Immerhin Immerhin etwas So Wo ist das Ding jetzt Film Ah Cool Ah, das sind Drei Schlüsse sogar So geht es nicht Hm Hm Ach, da muss ich wahrscheinlich dann von der anderen Seite Durch das kleine Zeug durch Und dann schnell nach rechts Damit ich die Schlüssel Einsammeln kann Okay, also können wir erstmal noch nicht holen Ah Jetzt muss ich das Ding von da oben holen Ah Es hat aber eine sehr hohe Reichweite Dass es zu mir dann wieder hinfliegt Okay So Oh, ein Riese Das Kreature ist zu gut Defendet Für ein Straightforward Assault Ja Wir sehen uns Ah Ah Okay Das war eine schlechte Idee Es ist praktisch Involl Unless du es mit einem Parry Wie so Okay 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 Nee, ich glaube Das kann ich noch Ah Zu spät Okay Okay Der kann auch andere Sachen machen Gut zu wissen Gut zu wissen Gut zu wissen Und Okay. Was? Ich habe genau das gleiche gemacht wie... Ich habe genau das gleiche gemacht wie der in Tutorial Zeug. Ja, parieren ist schwer. Jedes Mal der Kackdialog. Moment, ich gehe nochmal nach oben, speichere nochmal ab, damit wir wenigstens dann nicht mehr... Sollte ich nochmal sterben, was wahrscheinlich ist, will ich nochmal den gleichen Kackdialog haben. So. Kollege. Wo ist er? Was? Okay, oder man macht es einfach so. Oder man überspringt den Typ mal. Ist natürlich kacke, weil jetzt kann ich nicht wirklich parieren üben. Woa, was war das? Was? Ich bin nicht sicher, aber es war sicher in einer Runde. Wo ist es? Ja. Ja. Ah, ich komme ein bisschen mit den ganzen verschiedenen Angriffen durcheinander ist er noch Arme Ameise Geheime Schatztruhe Können mich vergiften Nicht noch mehr Vergiftungsgegner Geheime Schatztruhe Ah, Levelaufstieg Sehr schön Ja, das ist ein Teil Geheime Schatztruhe 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 Der ist wieder. Hallo! Ja, das war so. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Für irgendwann später mal. Das war's für heute. Okay. Yeah. Also kämpfen macht in dem Spiel super viel Spaß. Sehr, sehr cooles Spiel auf jeden Fall. Ein besonders sehr schönes Spiel auch. Ah, okay. Noch so einer. Auf einmal geht das Parieren relativ besser als vorher. Ah, nein, 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 bin ich vergiftet? Ja, ich bin vergiftet. Ein beschissener Angriff von denen und ich bin vergiftet. Ja. 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 Ja, ja. Ja, 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 ja. Das war's für heute. Der Aufstieg! Der sind wir! Stehen bleiben! Da lässt es immer ausfallen. Vergiss ihn! Schau mal! Es ist etwas verrückt mit diesen Muschroms. Diese sind nicht Muschroms, Fidget. Sie sind heiße Bubblesprote. Und es wäre wunderschön für uns, dass sie leicht um sie herumreden. Sie reagieren eher explosiv zu Bewegungen. Wunderbar! Ja bitte, du musst dir keine Sorgen machen. Du kannst fliegen. Ich mach doch nix! Ich bleib stehen und trotzdem aktivieren sich die Kack-Dinger. Sondern ich kann ja nicht mal irgendwie langsamer laufen oder so. Sonst werde ich versuchen, ein bisschen zu schleichen oder sowas. Gut, dann müssen wir durchs Speedrunnen. Hey Händler! Aktivieren einander. Ich habe keine Wahl. Er hat seine Gedanken verloren. Er hat viele Innocenten verloren. Ich bin nicht zufrieden, Freund. Der Tod war schrecklich, aber notwendig. Entschuldigen Sie mich für fragen, aber bist du ein Moonblood? Die Moonbloods? Sie sind eine ähnliche Reise. Und ihre Presence ist nicht toleriert in diesen Landen. Man würde sich auf eine... ...divantage... ... zwischen so vielen warm-blooded Kreaturen. Ich verstehe. Ich glaube, dass du nicht bist, Freund. Aber ich werde nicht die Frage stellen, wenn du nicht. Then. Dann. Wie? Ich nehme jetzt die Frage. Dann. Perf... Ich nehme dir an. Oh Gott. Ich nehme meine Fragen. Ich nehme dich an. Oh Gott, ich gebe Ihnen diese Frage. Oh Gott... Du bist das? Okay. Ah. Ja, ja, ja. Okay. Kaufen wir los. So, was hat er denn? Ich hab das aktuell. Zwei Angriff. Vier Verteidigung. Ein Glück. Gemeins Verteidigung. Ein Glück. Mal 1,1. Das war nur ein bisschen rechnen. Oh, das ist gut. Nehmen wir das. Da gibt's nichts besseres. Nix besseres. Schlüssel kosten immer noch so sau viel. Okay. Sehr schön. Jetzt mach ich auch um einiges mehr Schaden auch. Allein weil ich... ...hier dieses Upgrade... ...verbessert hab. ...hier... ...hier... ...transaktion. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Geht's unten. Links. Weiter oder... ...ja, sieht so aus. Oh ja, jetzt... ...Schaden ist auf jeden Fall... ...noch besser. Viel besser. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Irgendwas versteckt. Gut. Taucheranzug. Bauplan. Wat? Taucheranzug. Was ist das denn? Schaf. Will ich haben. Ah. Ja, diese... ...Kack... ...Dinger, wo ich noch nicht weiter kann. Enttäuschend. Super enttäuschend. Ich wollte mein Glitzer Schaf. Mann. Ich wollte mein Glitzer Schaf. Mann. Da ist er! Schau! Er ist in Trouble! Ah! Leid mich allein! Picking on little ones, huh? You will most definitely regretting meeting me. Keep wary of the Bubbles, Dost. Or this battle will be over before it begins. Ah. Ah, sogar ein Boss. Ah! Und, und noch mehr! Wat, 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 ooooh! Hilfe! Moment! Moment! Alter! Kommst du überhaupt nicht hinterher. Zeitquest... Ah, cool. Das war, das war jetzt ein bisschen zu viel auf einmal. Ohne Scheiß. Auf die Kack-Riesen achten plus, äh, zwei Riesen plus ein Gegner plus die scheiß Pilze. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Also, ich kann mich selbst ausícia anders aussehen. Ohne Scheiß. Und dann geht er wieder. Du bist willkommen, Junge. Wer macht jetzt? Er ist sicherlich erschrocken. Lass uns ihn finden. Und vielleicht raus aus dieser regnenden Tod. Schöner. Schöner Name. Schafes. Ich dachte nicht, dass diese Monster genug genug waren, um einen Fenster zu bauen. Ich bin sicher, dass sie nicht. Lass uns aufhören. Da ist er. Dein Vater wird sich selbst einen Herzattack haben, nachdem er über das hört. Entschuldigung, Mama. Oh Gott, was würde ich tun, wenn du dir selbst verhörst? Mama, schau! Diese Dinge müssen mich folgen! Wie haben sie meinen Fenster gespürt? Kraftvolle Vermeer, diese Zwergwanderer! Sie sieht, dass ich fliegen kann, richtig? Ich werde sicher, dass ich sie erzähle, Fidget. Ich bin sicher, dass sie alles sofort aufhören wird. Sie sprechen hierher. Schönen Sie wieder, ihr Bees. iscoge gouden Würmer. Ich habe das in ihr Spohnen und ich nicht frei zu nutzen. Wir sind nicht für euch, Frau. Wir sind hierfür verschwenden Sie. Wir haben gerade nur dein Seinden. Wir haben nur dein Seiner von uns. Sie haben das gehört, Puhpuh. Was sie sprechen, Puhpuh? Der Name. Um, well, they have been following me for a while. What? How far out did you go? I may just say the spoon for you. I'm sorry, we just came down from the surface to... Do I look like some country bumpkin to you? Of course you're from the surface. I think I'd remember seeing a talking flying weasel cat thing down here. I think we got off on the wrong foot here. My name is Dust, and this is Fidget. Some creatures attacked a village above these caves, and we're trying to figure out why. Attacked a surface village, you say? Well, if that don't beat all, we underground folk tend to keep to ourselves. Got enough problems of our own already. I'm sorry to hear that. Actually, what I'm saying is, we got enough problems of our own without you surface folk bringing all that nonsense down here. So, if you don't mind... Come on, Dust. We're obviously not wanted here. Wait! That's enough, Popo. You ought get back to your chores before I take out the spoon again. Not the gold leaf. No. Mama, I've seen them fight. They even got themselves a talking sword. I bet they could help. Young man, I don't care if their sword spouts, rainbows and bowls are delicious baked beans. I don't want their help. Leckere Erbsengerichte? Die hat aber baked beans gesagt. Wonen sind nicht Erbsen. Stop saying that! Pa's gonna die, if we don't do something. Die? What's going on? Well, our healing wells have gone and run dry. And my pa's done gotten real sick. That's why I went out. To find some more of that water. Pa's done gone. Really? You see? I hate saying it, but it's true. See these mud pots lying around? Normally, they're bubbling to the brim with mineral water. But just a few weeks ago, they dried up to nothing. But that still don't excuse you from putting yourself in danger like that! I may not be able to help your father, but I sure as heck ain't gonna lose you too! Mama. I wonder if those monster attacks on the surface could be related to your wells drying up. I wouldn't be at all surprised. It's been a couple weeks since the water dried up. But every creature here is feeling the effects. I'll bet those creatures broke through to the surface looking for more water. Mama. Maybe these two can go talk to the lady. The lady? Oh, she's a sweet old soul. Lives deep in the caves. Makes the waters flow. She doesn't show herself around here too often. And we can't actually go see her on account of all the nasties living between here and there. In that case, I'll go speak with this lady and see why she stops the flow of water. You do that? This can't all just be a coincidence. The attacks on the surface, your wells drying up. I'm certain this lady must know something about what's going on. Well then, I had you folks pegged all wrong. If you waiting to help my husband, I promise not to clock you with my wooden spoon of justice. Wooden spoon of justice. Alles klar. Um, thanks. So, you're heading down to talk to the lady now? You'll help my pa? We'll do our best, Bopo. Oh, just don't go running off again. Echt so Bopo. You got my word. Good man. You'll save my pa, won't you? Please dust. You gotta help him. Garlich. No, help me schon. He's sleeping peacefully. Let's leave him alone. Nic's up. Nic's up. Where bist du denn? Oh, it's a pretty kitty cat. Hey, KK. What? Me? It's a flying cat. Okay. She's not a cat, little girl. She's a... I don't even know what she is. I'm not a cat, you dold. I'm a Nimbad. Ah, me is a bear. Alles klar. Is that what you're called? A Nimbad? Yes, hello. My name is Pidgeot. Maybe we've met. Can I hold it? I want it. Pidgeot home. Does do something. It's trying to grab me with it's little child hands. Don't worry, Pidgeot. Sorry, I'm... What's her name? Smobob. Smobob. Well, Smobob. I'm sorry, but as much as she might look like one, Pidgeot is not a toy. Hey. Oh, I want her. She talks. I'll trade you. Look, I've got this box thing. Hey, Dust, look. That must be Reed's box. Deal. Hmm. Tell you what. Next time I go to the surface, I'll see if I can find a suitable replacement. Then we'll trade. Phew. Good idea, Dust. Tausch-Quest. Maybe the shopkeeper could figure something out for us? Okay. Yeah, maybe you can make us some kind of fidget doll for her. After all, she's far too young to take care of a pet like you. Yeah, way too much responsibility for... Hey! That was Smobob. Where's Smobob? Smobob. With an arm. Ah, ring, 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 ring. Well, hi there, big fella. Am I here in the local gossip, right? You and your flying mongoose are gonna save her village? What the heck is a mongoose? Quiet, fidget. And yes, you've heard correctly. Is this the way to the lady's chamber? Well, yeah, but I don't think you're gonna pick through this here hole in the wall. We had to close up the passage recently to keep those crazy nematodes from coming out and attacking the village. What the heck is a nematode? Anyway, seems to me the only way you're getting through is by sliding. I'd kick you through myself, but, you know, I got these fat little legs and they hardly keep me vertical. I appreciate the thoughts, but I'll find another way around. Here, boy, take this red resonance jam. It'll open up the basement and maybe you'll find a better way down there. Just make sure to avoid impaling yourself on them spiked rocks and thorns. No, but still not. Wait, your underground cave has a basement? How does that make any sense? Hey, big fella. What do you say to me serving your flying rat? A big old junk of shut up juice. While you're down there, why don't you make yourself useful and collect me my hitting stick? Your what? You see, I use this here stick to do my hitting. But I lost it in the basement and I'm honestly just too gal-durn-lazer-like to go looking for it on my own. They don't have me standing around here for my good looks after all. Someone's got to defend this here hole. All right, Blop. If I should come across your hitting stick, I'll be sure to pick it up. Okay. Go ahead, Blop. Go ahead. Wait a minute. Oh, it's been a while since I've seen someone like you. And it's been maybe 30 years since I've seen a nimbat like a friend here. What a treat. Wir lieben nicht in die Hände. Sie wissen, die Schmerzen. Die Schmerzen, die Schmerzen. Die Schmerzen, Schmerzen. Das ist Schmerzen. Entschuldigung. Mein Name ist Flo Hopp. Und mein Mann, Gappie, ist da in der Pen, Minden die Schäpe. Er hat so übergeworfen, dass ich ihn für seine Lieblings-Stüge gemacht habe. Aber ehrlich gesagt, ich habe Probleme zu werden, mit den Wäldern zu gehen. Ich denke, ich hätte gerne gemacht, und habe meine letzte Stüge. Ich könnte immer helfen, zu finden, diese Schmerzen, wenn du möchtest. Oh, ich könnte dich nicht interessieren, für etwas so dumm wie das. Ich weiß, wo sie immer zu werden, aber mit all diesen Monsteren, ich darf nicht die Schmerzen. Es ist kein Problem, wirklich. Wenn ich einen herauskennen will, ich sie dir. Also, du bist ein süß. Schmerzen, Schmerzen, die Schmerzen, und sie lieben die Schmerzen. du bist einfach nicht auf meiner Account. In Wahrheit, nimm diesen Schmerzen. Es wird ein bisschen Licht in den darkesten Plätzen geben. Gut. Mehr Angriff sogar. Im Dunkeln leuchtet. Cool. Es ist weniger Glück, aber... Glück brauche ich nicht. Wer ist das, alter Gabi? Ja. 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 Ich verstehe, die zwei von dir helfen, Pol-Pok. Er ist schlecht. Entschuldigung, meine Freunde. Ich hoffe, dass ihr euch nicht interessiert, aber ich muss zurückkehren. Du hast etwas verloren? In Wahrheit, ich habe. Ich muss die Garten öffnen, weil meine Flock of Sheep scheint zu haben. Ich bin sicher, dass einige von ihnen nach der Nähe der Stadt sind. Ich werde meine Augen öffnen für sie. Na, danke, Herr. Da sind sechs von ihnen irgendwo. Glaubst du mir, sie sind gut zu sprechen, wenn ich meine Hande auf sie stehe. Da! Da ist sie scharf. Wie kommt es? Da hin? Okay. Dann gehen wir erstmal nach unten. Yeah. Laden. Ah, hello again, my friend. I suspected you would return. Heilt Verstimmung. Heilt Verstimmung. Heilt Verstimmung. Okay. Heilt Verstimmung. Okay, da ist ein bisschen windig. Okay. Damn. Damn! Oh. Oh, diese dämlichen Dinger. Abgekloppt. Oh! Ah! Hätte ich natürlich... Scharf! Sammeln. Ins Inventar damit. Did you just... Hm? Did you just put that... thing in your inventory? Yeah. What? Okay, then. Sehr gut. Oh, rutschig. Rutschig! Äh, macht das eigentlich irgendwie einen Unterschied? Dass die rot oder blau sind? Ah. Weil der Spy ist böse. Hm. Das ist gut. Ah, okay. Lieber sich als halber erst mal Nicht Am besten nicht treffen lassen einfach Wasted Damn Hidden Stick Was ist denn das für ein dämlicher Keller überhaupt Rutschig Hidden Stick Fähigkeit Yeah Wow Wow Hm Tada Keine Schlüssel Mist So jetzt aufpassen Nicht nochmal runterfallen Gott Jetzt bräuchte ich halt nur Jetzt bräuchte ich halt nur Schlüssel Äh Wie viel ohne eigentlich Ja ein bisschen machen wir noch Ah Wieso bräuchte ich denn so ein Explosiv Äh Hinten Stück Oh shit Oh shit Okay Rot ist schon mal Schlecht Vielleicht wäre auch irgendwann mal Zufällig mit blau getroffen Es sollte aufhören auszuweichen In der Luft Oder überhaupt Hier Da wo Dornen sind Und so Äh Geben wir noch schnell den Hinten Stück zurück Und dann Ja Dann machen wir erstmal Pause Dann bräuchten Manchmal auch Schlüssel Ah okay Cool cool Da ist dein Stolk Stolk Now I can get back at that good for nothing Trolk That done busted up my leg Whoa Hang on Blop You'd better not pick any fights in your Condition Boy This is a matter of honor In revenge And hitting things with sticks Tell you what I'll beat up some Trolks for you Bring me their devilish little fingers Four of them No 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 Forty No 400 My broken leg demands justice How about I gather four Trolk fingers Just for you Sound good Ah now that's my boy My boy My boy So beim nächsten Speicher Nächste Speichermöglichkeit Amperieren Nice 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 Levelaufstieg Verteidigung Verteidigung Da ist ein Schlüssel Da ist ein Schlüssel Wundern 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 An den scheiß Schlüssel komm ich ran. Geheimnisvolles Wandhuhn, anspielen auf Castlevania, sehr schön, sehr schön. Okay, ja, also, machen wir beim nächsten Mal, ich gehe weiter, kein Plan mehr, nicht schlimm.